Das Wort Hüfte hat zwei Bedeutungen. Zum einen ist die Hüfte die Körperpartie zwischen den Oberschenkeln und der Taille. Also in diesem Sinne ist der ganze Beckenbereich auch die Bezeichnung für die Hüfte. In einem engeren Sinne ist die Hüfte das Hüftgelenk und in einem mittleren Sinne ist die Hüfte praktisch die Seite des Beckengürtels. Man spricht zum Beispiel von den Hüftknochen, man spricht da von einer Hüftflexibilität und man sagt auch, man zeigt jemandem eine Hüfte. Gut, die Hüftgelenke selbst sind die Gelenke zwischen Oberschenkelknochen und der Beckenschaufel, auch Hüftbein genannt, Osilium. Und dort ist dieses Hüftgelenk und dieses Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk, das flexibelste Gelenk des Körpers zusammen mit dem Oberarmgelenk. Im Hüftgelenken kannst du den Oberschenkel nach vorne beugen, nach hinten strecken. Du kannst in die Abduktion gehen, also die Beine spreizen. Du kannst sie nach innen bringen, Adduktion. Du kannst die Außenrotation und die Innenrotation machen. Und damit die Hüften langfristig gesund bleiben, die Hüftgelenke langfristig gesund bleiben, ist es wichtig, zum einen die umliegenden Muskeln zu stärken. Es gilt also die Hüftflexoren zu stärken, wozu die Quadrizeps und Psoas gehören. Es gilt, die Hüftstrecker zu stärken, was Insangluteus Maximus und andere sind. Es gilt, die Abduktoren zu stärken, die so an der Seite befinden, beziehungsweise in der Tiefe des Gesäßes. Die Adduktoren zu stärken, an der Innenseite der Oberschenkel. Und es gilt, die Medial- und Lateralrotatoren zu stärken, was wieder andere Muskeln sind. Im Yoga stärken wir all diese Muskeln. Zum Zweiten gilt es, die Muskeln auch zu dehnen, denn auch das Dehnen ist wichtig für gesunde Hüftgelenke. In diesem Sinne gibt es die Vorwärtsbeuge, die Rückwärtsbeuge. Du kannst auch die Feine auseinander spreizen in der Grätsche und du kannst auch die Beine übereinander legen, zum Beispiel im Gomukasana oder auch im Drehsitz, was dann die Adduktionsflexibilität fördert. Gesunde Hüften ist so wichtig. Die Hüftoperation und die Hüfttransplantation gehören zu den häufigsten Operationen und denen kann man bis zu einem gewissen Grad vorbeugen. Wenn man schon in jungen Jahren dafür sorgt, dass man weder die Hüfte überlastet durch intensives Springen oder intensive ruckartige Sportarten, wie es Fußball oder Tennis sind, die sind nicht so gut, aber die Sportarten, die die Muskeln stärken und dehnen und dazu gehört eben Yoga. Wenn du schon von jungen Jahren oder spätestens in mittleren Jahren Yoga übst und darauf achtest, dass du die Hüfte in allen Richtungen dehnst und bewegst, wie auch die Muskeln stärkst, dann ist das etwas Gutes für langfristige, gesunde Hüften und Hüftgelenke. Hüften und Hüften und Hüften